Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und als erstes möchte ich euch ein gesundes und glückliches neues Jahr 2022 wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Bleibt gesund, viel Erfolg für Sachen, die ihr euch im neuen Jahr vorgenommen habt und ja, jetzt zum Raid. Der Raid war ein Scafran mit Benji und Klaus. Lief für mich auch ganz gut eigentlich, soweit bis zu dem Punkt, an dem mich die komplette Verwirrung gepackt hat. Ich wusste nicht mehr, was los war. Ihr werdet es sehen. Ja, dann noch eine kleine Anmerkung zum Sound. Da ist so ein leichter Hall-Effekt zu hören bei den Schritten. Das lag daran, dass halt die Capture Card, das Audio der Capture Card und das Audio vom Task-Top-Sound sich überlagert hatten. Hatte ich dann später gefixt. An dieser Stelle nochmal danke an Zippe, die mich darauf hingewiesen hat im Stream sozusagen. Sie war auch die Einzige, der es aufgefallen ist scheinbar und ja, ich hoffe, es triggert euch nicht so sehr. Geht eigentlich. Ist jetzt nicht, man merkt es schon, man hört es schon, aber es ist jetzt nicht so der Showstopper, sage ich mal. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein ein paar Likes da, wenn ihr mögt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senzlitz. Tschüssi. Oh mein Gott, cooles Toilette. What's that? Ui. Ah, was dann, was dann, Klaus? Hm, was dann? Was dann? Ja, dann bin ich weg. Ah, was hast du denn von deinem schnurlosen Plunder? Kannst du da Kabel reinstecken? Das ist auch dann... Theoretisch geht das. Das Kabel habe ich aber nicht. Ah. Warum nicht? Wissen, ich habe. Gab es das nicht dazu? Nee. Also, ich bin schon drin. Ja, bei mir. A waiting session stop. Wo seid ihr? Wo schlumpft ihr rum? Ich bin noch im... Ich bin schon am Exit. Jetzt geht es los bei mir. Über mir auch. Ich höre was. Ja, ich sehe euch. Ah ja, das ist... Oh, sind wir mal alt. Coole Mütze, Alter. Coole Mütze. Hier läuft der Rote Baron. Ist das für eine Geilbe? Mach mal so. Ist hier auch noch irgendwo ein Exit hier in der Necke? Ja, ja. Hier hinten raus. Hinten, hinten dann, ja, genau. Hier in den Dörfern war ich noch nie, Alter. Das meinte ich ja. Hier gibt es echt gute Hüte. Da sind überall Kisten und solche. Alter, dann lass ich doch die Tür rein. Super. Komm, ich hier auch noch rein? Da ist ja wieder ein Haus, das Ding aufgeht. Ja, ich habe wieder ein Haus, wo ich gar nicht erst reinkomme. Ja, ach, frag mich mal. Ach, hier doch. Schon wieder lächerlich. Scheiß gerade. Wir haben noch richtig viel Zeit, ne? 36 Minuten. Ja, brauchst du ja bei der Map auch anscheinend, oder? Mhm. Ich bin gegenüber dem Haus. Oder ich versuche reinzukommen, sagen wir mal so. Ja, Entscheidung treffen muss den Tag auf immer, ja. Hier ist der Watzjahr schon drin. Aus, aus meiner Bude. Aus meiner geilen Loot-Bude. Ich gehe mal hier vor, in dem Haus mit der Garage, mit dem Auto. Kursche-Anschlüssel, Alter, geil. Oh, oh, oh. Ah, ich bin tot. Was war'n das? Ich weiß nicht, ob es ein Spieler ist, oder ein Players-Gav. Ich habe es gehört. Also ein PMC oder ein Players-Gav. Eins von beiden. Ich weiß gar nicht, wo du hin bist. Ich bin die Straße runter, Richtung... Wasser. Ne, das war ein Spieler. Vorsicht, Leute. Das ist ein PMC. Weck dir was an die Fresse jetzt von mir. Genau, dann schieß mal ab. Oh. Ich habe ihn ein bisschen nicht in den Haus gehauen. Den Rest habe ich dann abbekommen. Ich mache ihn tot. Ich töte ihn für euch. Also, der hat ein paar Hits weg. Ich meine, wie viel? Pablo ist hier da. Der hat null Hits weg. Ja, das sind die Karte und die... Ich habe einen. Ich habe Nummer zwei. Also, das ist ein Killer. Und hier draußen ist immer noch einer. Ich weiß, was geil ist. So eine VSS, oder was? Oh. Das war jetzt Kev. Nimm dir deinen Dulf mit. Ja. So, komm. Gas, Junge. Gas. Profan sagt Beutel doch immer, oder? Profan. Profan. Spiderschwein. Spiderschwein. Was ist das? Wiss ich nicht. Keine Ahnung. Ah. Oh, jetzt so ein kleines WD-40 brauche ich. Scheiße, Mann. Jetzt lasst er mich wieder alleine. Nur, Mann, das Kev hält mir den Rücken frei da draußen. Ey, das Kev hat ihm die Knarre geklaut, Alter. Das dumme Schwein, das war meiner. Der Hundesohn. Qualität, Mann. Spiderschwein. Das Teuton. Ganzens genau. Ich weiß auch nicht, wie ich draufgekommen bin gerade. Ja, also ich mag das auch. Wenn du einfach bloß schießen willst, einfach bloß ballern, dann ist sowas wie Battlefield oder COD, das macht schon mal Spaß. Aber es kommt halt nichts an Darkoff ran. Das ist halt mit nichts zu vergleichen. So, Leute. Side-Tunnel. South Road. Warte mal. Warte mal, nee, was? Side-Tunnel komme ich doch auch bloß raus, wenn ich ein Dings dabei habe, oder? Ja. Ein PMC. Genau, ich kann mal auf die Karte kurz gucken. Genau, Side-Tunnel ist das mit PMC. Was hast du noch? South Road, Landside, Hideout. Das ist ganz hinten das, wo du durch die Baustelle durchgehst. South Road, Landside. Also am Side-Tunnel vorbei, oder was? Genau, und dann geradezu. Okay. Schade, dass ich hier nicht Schurlein raus kann. Das wäre gleich bei dir, ne? Mhm. Was macht das öfter? Keine Ahnung. Läuft sich den Wolf. Aber hier waren vorne noch Schüsse zu hören. Da gehen wir noch ein ganzes Stück bis da runter. Mhm. Könntest du rein theoretisch beschränkt halten und runter zum SKEF-Hideout auf dem Foto gehen. Musst du auch wegen dem Minfeld aufpassen. Achso, das lasse ich lieber. Das ist jetzt am nächsten, aber du musst halt auf dem Foto gehen. Ja. Im Süden schießen sie. Bitte. Bitte bekloppen. Ich laufe hier, ich laufe zur Krotte. Ich habe gerade auch gemacht so ein Foto. Das sieht aus wie bei Old Man's, Dead Man's Place of Woods. Da musst du dann am besten mal das Foto auf. Das ist schon gut zu finden. Ich laufe jetzt erst mal unten am Wasser lang, oder? Mhm. Aber Richtung Norden, also links unten, ne? Ja. Also, auf der Koffer. Oh, da schießt keiner. So, und dann will ich meinen Loot streitig machen. Von wo? Was ist das hier denn da? Ich dachte vor mir. Da auch, oder was? Wer denn nur, Alter? Ich krieg's hier nicht gebacken, Junge, wenn er auf mich schießt. Habt ihr eine Ahnung? Das schießt hier der Sniper von der Insel? Meinst du, er schießt schon so auf mich hier? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, hier sind die Minen, Benji. Ja, da musst du auch passen. Was denn? Du musst den Weg nicht vorlassen, wahrscheinlich. Warte mal. Ich sehe die Enemie. Ach, bleib mich doch am Arsch, Alter. Ey, da waren es Kev und, und. Ey, Rembo, Alter, das waren Raiders oder hier Rogues oder wie diese Idioten heißen. Ich dachte, das waren Spieler, die mich zugetextet haben, die Idioten. Ey, was machen die denn hier unten? Ich denke, die hängen da oben in ihrer scheiß Music-Bute. Ne, da steht auch, auf der Karte steht auch Rogue-Yusek-Base-West. Scheiße.